Gar nicht. Niedrig. Schauen wir mal, was hier drin ist. Kanalpunkte heißen Keller sehen? Finde ich gut. Ja, alle Subs kommen in den Keller. Die wohnen da. Jeder hat seine eigene Zelle. Jeder hat seinen eigenen PC oder Konsolen, je nachdem. Das ist euer neues Zuhause, dann. Für immer. Viele haben ja einen Mod-Keller, ich habe einen Community-Keller. Gitarrenhals. Ja, die Waffe gibt es auch. Habe ich noch nicht benutzt. Ach, Aiden. Warte mal, der Kate zwinkert. Das ist ja furchtbar. Nein, ich lese es doch gerade. Ich habe dich gelesen. Alles gut. Wer hat dich gesehen? Ähm. Feuler. Eigentlich Schockfeiler. Die nützlichen. Ach, der hat den direkt gekillt? Geil. Und eine Trophäe. Das gefällt mir. Wenn er den einfach, einfach zu Tode elektrisiert. So, jetzt sind wir wieder hier. Alles muss ich machen. Guten Tag, hast du noch irgendwas cooles? Hackel. Hackel. Tischbein. Nee. Brett. Gitarrenhals. Eigentlich mit den... den Sachen hier. Habe ich hier irgendwie so schlechte Sachen. Das hier. Da muss ich ja nicht rumschleppen. Hier habe ich eine Menge. Wo ist dein Vater? Da bist du ja. Oh, Ataxe. Entschuldigung. Den Rest haben die PKs. Wir müssen. Du musst. Wir brauchen. Dann sind wir alle Nachbarn. Cool, ich bin der Neue hier. Herzlich willkommen. Und dieser Typ. Nitrat. Wir brauchen Dünger. Mit dem können wir mehr Sprengstoff herstellen. Dann kack da hin. Wir haben alles. Auf jeden Fall alles, was wir für mehr brauchen brauchen. Was drüber hast du überlesen? Das sehe ich auch gar nicht mehr. Kannst du jetzt nochmal pausen? Kilian. Kennst du ihn? Kilian? Harkons Kumpel? Ja. Kilian. Ich werde dir erklären... Nein, bitte erklär mir nix. Nein. Ich weiß, wie man hinkommt. Danke. Danke, tschüss. Gott sei Dank. Du hast gesagt, du wüsstest, wo Kilian wohnt. Gott, ich mache mich fertig hier. Lese ich noch ein bisschen. Na, wenn du Bock hast. Warum nicht? Katana. Schutzbrille. Schaden sie da schon gegen Infizierte. Das sieht eigentlich gar nicht mal so schlicht aus. Äh. Widerschienen. Schlagring Schadenbonus. Schadenswiderstand Nacht. Und hier ging Feuer. Verstehend gegen Feuer. macht man wie zu viel minus parcouren so das sieht ja cool aus oder sowas ähnliches was haben wir noch nicht handschuhe oder weil ich habe auch nichts keine große sache muss ja noch mein schlasser vom kopf weg machen eine brille ja oder wir sehen jetzt noch viel cooler aus ich weiß ich den popo ja ich fand der toll guck mal da gibt ganz viele ungewöhnliche trophäen oh guck mal mehr elektrisiert das ist eine geile waffe also geiler schluss die waffe wechseln wo ist jetzt da so wo sind der andere jetzt den habe ich doch extra gekillt er lag hier da dankeschön schon ein paar neue kopftrophäen oh da ist noch eine jetzt soll ich aufpassen da leidet jemand helfe ich denjenigen ja oder wenn ich es rechtzeitig hochschaffe eigentlich würde ich ja gerne mal sehen was passiert wenn er sich verwandelt ich kann nicht lassen die dafür ip ich meine weil du mich gerettet hast und so ja aber wieder und wieder ist das ist das ist das ist das ist dass das ist das ist das ist das ist das ist Wo fliegst du denn hin, Junge? Zafka, alles klar. Oh, Loot. Gibt es mir das Gefäß der Loot? Wo kommst du denn hin? Ich bin hier in dem ersten Gebiet noch in dem Spiel. Immer noch. Hier gibt es, soweit ich sehe, zwei glaube ich nur. Also du hast hier und dann kommt dieses noch größere, dieses riesige Zentralringgebiet. Wenn ich Lost Ark spielen würde, dann würde ich niemals, niemals das erste Gebiet verlassen. Da ist ja vorbei. FBI! Ich bin Sarah Peake. Ich wurde anscheinend jetzt im Keller und von Eliza meine E-Bahn. Ah, schön. Da macht keiner auf. Irgendwas stimmt nicht. Boah, ich bin perfekt im Hitrichknacken und so. Hier ist niemand. Hier ist niemand. Dünger, Dünger. Da ist Arkhy. Da ist Arkhy. Bingo. Bingo. Ich hab den Dünger. Hier ist Vincenzo. Vincenzo? Kann dich kaum hören. Die PKs. Sie haben hier alles durchsucht. Kann jetzt nicht. Der Verräter. Er hat uns alle verkauft. Aiden. Papa ist schon vor zum Windrad. Treff ihn da. Ich komme sobald ich kann. Okay. Sorg dafür, dass Papa den Dünger bekommt. Okay, ich werde mein Bestes geben. Aber wer ist der Verräter? Warum höre ich seit Ewigkeit nichts mehr von Harkon? Warum ist der Freund von Harkon nicht da? Sie sind mir auf den Werfen. Ich komme hier nicht wegreden. Die nächste Patrouille. Du musst das ohne mich machen. Geh zu meinem Papa. Ich verfolge das Ganze über Funk. Dein Papa und ich? Hältst du das für eine gute Idee? Uns bleibt keine andere Wahl, Aiden. Mach. Bitte. Okay. Ja. Dieser Plan bedeutet meinem Vater alles. Ich weiß nicht, ob du es bemerkt hast, aber Papa ist ein wenig unbeholfen und erhält nicht den Respekt, der ihm gebührt. Das ist die Chance, Karl und Sophie und allen im Bazar zu beweisen, dass sie falsch lagen. Ihnen zu zeigen, was Papa kann, was er drauf hat. Ja, das müssen wir erst einmal überleben. Der Held des Bazaars. Er wollte schon immer sowas Großes machen. Tja, genau das macht mir Angst. Ich bin immer auf Funk bei euch. Ich hab euch verraten. Hallo? Vincenzo? Aha. Aiden? Bist du da? Vincenzo, äh, ich höre dich nicht. Da stimmt das nicht. Da stimmt das nicht. Was? Was muss ich? Ja? Oh, bitte jetzt keine Jagd. Wer hat uns jetzt verpetzt? Bei mehreren Fragen. Ich hab den Dünger. Bist du sicher, dass du das kannst? Klar doch. Und wenn nicht, na, dann kann ich ja immer noch Vincenzo fragen. Aber nicht, dass du ihn fragen kannst. Das stimmt nicht. Ach, das Windrad stört das Signal zu stark. Der Funk funktioniert nicht. Ah, ja. Wer wird mir schon noch was einfallen? Ist der Kinder leicht? Äh, sicher? Er hat mir alles erklärt. Entspann dich. Wir packen das, äh, du und ich, wir packen das. Wird schon, äh... Ja, wird schief gehen. Wie ich schon sagte, Kinder leicht. Ja. Die Bomben sind bereit. Du bist dran. Nimm die Bomben und bring sie an Vincenzo's Markierungen an. Bomben platzieren. Ach, du Scheiße. Ohne Geil ist aber aufgeschmissen, dass er sagt. Ja? Yep, so ist es. Ihr geht noch nicht raus. Ich will das hier haben. Bup, bup. Wie ich schon sagte, Kinder leicht. Halt die Klappe. Die Bomben sind bereit. Oh, okay. War vielleicht nicht so gesund gerade? Beeil dich, Aiden. Wir müssen diesen Plan bis zum Ende. Plan bis zum Ende. Das wird ja jetzt wahrscheinlich ziemlich ätzend werden. Ja, dann nehmen wir mal das hier mit ins... Ta... Tch... 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 Damit... Ich hab 69 Münzen. Tch... 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 Das wird ja jetzt... Wird ja entsparen. Boah, die Waffe sehr böse. Gang-Anführer. Okay, wir müssen jetzt ein bisschen aufpassen, denke ich mal. Erstmal looten. Warte, okay, rastet der hier gerade richtig aus? Was ist da los? Ich hab Twitch wieder nicht ausgemacht zum Schlafengehen. 65 Emotes, was ist denn das für ein Channel? Egal, das ist... Oh, ach du hast neue Emotes jetzt. Ich verstehe. 60 Emotes, Alter, das ist schon heftig. Ich auch gern. Beim Schlafen laufen lassen und wenn man aufwacht, hat man ganz viele neue Sub-Gift. Du Lacka, du. Fertigkeitspunkte? Oh, hier, beim Kampf. Das nehm ich. Das hat mich so überzeugt. Gar nicht okayen. Ich bin lustig. Hallo, Micha. Wir haben ein Problem. Wir haben echt nur hier rum. Ich bin lustig. Warum kann ich ihn nicht töten? Oh, super versteckt. Ich bin lustig. 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 Ist gar nicht gut. Stimt mal schneller. Stella! Ich kaufe dir auf den Arsch! Junge! Ey, du steigen euch mal schnell sterben können sie. Okay, I'm here. Okay, komm ich hier nicht hoch? Ich sehe aber keine anderen Gegner mehr. Vielleicht besser so? Bin ich jetzt gerade runtergefallen? Warum bin ich jetzt runtergefallen? Ach, da ist ein Seil! Oh Mist, ich habe das weggedrückt. Langsam hell. Äh, wo ist jetzt das Seil? Ach, ich muss da unten eins befestigen. Okay. Die anderen sind weiter oben. Sind die aber nicht zu wenig Gegner? Eine kann mir egal sein, dann ist das für mich einfacher. Was macht ihr gerade so nebenbei? Okay. Ja. 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 Das ist der Alberto-Bericht. Ja. 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 So, jetzt haben wir die richtige Stelle. Boah, das Schloss war jetzt aber richtig. Der erste, wo ich mal ein bisschen länger gebraucht habe. Ja, sag mir was, Brownie. Glaub ich noch einen Abschnitt lesen soll oder nicht? Probe es denn. Das liest dir niemand vor, leider. Amorose? Bit Militär? Wo hält er sich jetzt dran fest? Nirgends. Wow. Stehe ich dir den Text und ließe es mir vor. Nein, nein, muss ich nicht. Die Sprengsätze sind am Platz. Zeit für das Feuerwerk. Nee, das funktioniert nicht. Möchtest du das machen? Nee, mach du mal. Ich weiß, wie viel dir das bedeutet. Machen wir. Nee, das funktioniert nicht. Der Zünder funktioniert nicht. Ich fürchte, die Störung durch das Windrad zu starten. Oh. Noch als Dono da. Nein. Das hat wohl nicht geklappt. Das Windrad steht noch. Der Rotor dreht sich ja noch. Schau. Vincenzos Berechnungen. Die Stimmen nicht. Das habe ich ihm nun repariert. Das muss hin. Ja, das steht noch, aber es brennt. Es ist gut, wenn es brennt. Das ist ja noch nicht. Alles gut.